Jo Leute, herzlich willkommen bei einer Runde Lucky Rush Ja, jetzt ist das Bild noch schwarz, weil ich kurz was erklären wollte Das sind nämlich Lucky Rush Folgen aus dem Stream von Basti Deswegen nicht wundern, wenn er mal irgendwie was sagt Zu irgendwelchen imaginären Zuschauern So irgendwas mit Followen oder keine Ahnung oder Summen Die Runden waren auf jeden Fall übelst nice Ich musste die einfach aufnehmen Also ich sag mal viel Spaß Und nach dem Intro geht's los Okay, 3, 2, 1, go Direkt gestorben, warte Direkt so ein scheiß Vieh Verpiss dich Oh, ich muss meinen Spawnpoint neu setzen Oh mein Gott, direkt ein Slime wieder Zuerst die schlechten Oh, okay, das ist mal was Gutes Ich hoffe, dass wir keine Wow, wow Oh mein Gott Richtig behindert, ey Was ist das? Ah, fuck Jetzt habe ich meine Maus verzogen auszusehen Verunter Scheiße Ähm, nice Spawnpoint Neues setzen Oh, der hat, ähm Badrock getrocknt Nice Toll Also, ähm, dass da jetzt keine Verbindung mehr ist Das liegt nicht an mir Oh mein Gott Fuck die Hexe hat's überlebt Aber egal So Tschüss 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 Oh, fuck Hey, ich will dich da runter boxen So Okay Wow, wow, wow Alter Das ist hardcore Was ist hardcore? Oh mein Hexen Ja, die Hexen sind böse Tschüss So Alter Nice Pastex Erde bekommen, ne? Ich muss den Giga wieder töten Fuck it Wo ist der Giga? Hallo? So Töt den einfach Alter Ja, töte ihn einfach Töte einfach mal den Giga Widow Heia Easy Mach ich Ich töte den Giga Widow, ne? Ja, ja, ja So macht man das Wow Hallo Das Alter, wollt ihr mich trollen? Wer? Alter Wow Okay, nice Alter, wie viel Scheiß Viecher da kommen Okay, scheiß drauf Was hat Oh Ähm, den erhalten wir mal am Leben Ups Und mit dem hier bauen wir uns mal vor Bist du schon in der Mitte gewesen? Wow Ähm, meine halbe Base hat es zerlegt, ey Du Affen Arsch Meine halbe Base hat es zerlegt Nein, du erklärst mir jetzt erstmal, warum du in der Mitte warst schon Äh, weil ich da Dinge, äh, Blöcke bekommen hab Verarsch mich, du warst einfach schon in der Mitte Ey, Alter, ohne Scheiß mal, da ist so eine Insel gespawnt Sie hat meine halbe Base zerfickt Ja, selber schuld Geschieht dir recht, wenn du einfach so in die Mitte gehst Willst du mich verarschen? Ja, was? Ohne Witz, was sollte das denn? Ich gehe immer zuerst in die Mitte Nö Wow, jetzt ist alles kaputt Ich spawne Ja, selbst schuld Geschieht dir gerade schlecht Alles zerfickt Ohne Witz Ohne Witz Leute, das kann doch nicht einfach sein, dass er zuerst in die Mitte geht Richtiger Abfuck Ey, es leckt ein bisschen Giga-Schorve So, was mach ich denn hier, Alter? Sollt ihr was verraten? Ich bin auch schon in der Mitte Wow Oh mein Gott, ey, kannst du diesen Slime Ja, warte mal kurz, ich mach kurz Kill, okay? Ja, mach So So, damit ich meine Ruhe habe Ich mach jetzt So sieht's aus, Leute Oh nein, eine Kiste Wow Volle Kiste Alter, schon wieder so ein Slime Bitte Was ist das denn? Ah, okay, doch, die kenne ich Äh, was? Hä? Hä? Was? Was war das? Was denn? Hast du irgendwas auf mich geworfen? Nee Alter Was ist das hier, Mann? Was spawn ich hier? What the fuck, wieder was gespawnt Was? Eskalierst da ein bisschen, kann es sein? Ja Alter, was spawnen wir hier für Sachen? Ja, ne? Nein Oh mein Gott Jetzt ist alles am Arsch Alles am Arsch Alter, da war eine Hose Gute Hose Und die ist jetzt tot Man, die Hose ist tot Gute Hose Oh, das ist gut Was ist das? Knockback Oh, nehm ich mit Au Hey Killer Bunny Halt deinen Schnauzen Junge, ich krieg ein Au Also, wie wenn du hier hinkommst Bist du mal derbe gefickt Weil Oh Oh Yo Bei mir ist ein Flugzeug gespawnt Yo, Digga Alles klar Oh, was Ich muss Game Mode 1 machen Mein Spawnpunkt ist am Arsch So, war das Slash Kill Ah, ne Boah, yo Was hab ich denn jetzt schon wieder hier gespawnt, Mann Ähm, Max Ja Ich hab ein kleines Problem Also, ich baue einfach mit Dirt jetzt einfach mal eine Verbindung zu den anderen Bedrock Parts Weil Sonst ist es weg So Wollte ich nur gesagt haben Damit eine Verbindung da ist Weil wir gesagt haben Die Bedrock Dinger müssen ja immer miteinander verbunden sein Ist jetzt halt bei mir mit, ähm, Dingens verbunden Okay, mit Dirt Na, mach halt Nur, dass du dich nicht wundersch Ey, ohne Witz Alter, hier ist einfach ein Flugzeug Alles weg, ne Holy moly Holy Wow Was ist das? Shit Nein Ja, geil Wo bin ich? War das denn das jetzt schon wieder? Ich weiß auch nicht Das war irgendein Block, wo es nach unten teleportiert hat Okay Ah, fuck Ich bin runtergefallen Aber so viel Zeug, wie ich da gespawnt hab, Mann Noch nie Noch nie, ey Respawn Oh, what the fuck Killerball Alter, ohne Scheiß Ich hab so ein geiles Labyrinth für dich gebaut Und einfach alles weg Oh mein Gott Das ist halt gut Das ist halt gut Hab ich auch mal ein bisschen Glück Tschüss Verpieselt euch Tschüss Dafür die Killer Bunnies alle metzen Verschwind, ey Ah, was? Das war ein Kamikaze Killer Bunny Das hat von der Seite Anlauf genommen Und hat mir mit seiner Hinterpfote im Runterfallen Voll einen in die Fresse gegeben Das hättest du's Wow Das hättest du's sehen müssen Ich hab hier auch ein Flugzeug gespawnt Was ist nur los, Mann? Okay, ich hab jetzt wenigstens mal ne Rüstung hier Alter Die Time Machine Lucky Blocks Oh 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 Was zum Henke, Alter Hätt ich jetzt noch Enderperlen, Leute Das wär so göttlich geworden Mich hat's einfach voll in die Luft gefetzt So richtig Weißt du, was jetzt bitter wäre? Wenn wieder dieser Lucky Block käme Der alles weg macht Ja, das wär für dich glaub ich bitterer als für mich Glaub ich auch Ähm, ich muss mal noch gucken, ob die Wolle da ist Mann Wow Was machst du denn? Das ist wieder so ein Time Machine Lucky Block gewesen Du lass es jetzt mal Oh Junge, ey, das kotzt mich grad so der, Mann, ey Ey Ich hab Hasen super Ein schönes Labyrinth ist die Hälfte weg Du wirst voll einfacher, um meine Wolle zu finden Was ist denn das hier? Ein Gaien, mal wieder Du magst, der Gaien Wow Wow Endlich krieg ich mal was Mann Oh Yes Endlich hab ich mal ne Hose bekommen Toll Ne Hose Ah Oh Ist das besser als Ja geil Ist das jetzt Leute, was ist besser? Schreibt uns mal bitte in den Chat Können wir uns mal in den Chat schreiben Das Das Oder das Was ist besser? Was ist besser? Was ist besser? Was ist besser, Leute? Was ist besser? Ja, jetzt nicht hier helfen lassen, ja? Ich verstehe das nicht mit dem Pikachu Wenn du auf Follow drückst Blobbt hier eine Meldung auf Die heißt Äh Du bist nun ein Pikachu Du folgst mir Ne Deswegen steht da oben Das sind die aktuellen Follower Ne Die Hier Gefollower sind Ah Mann Alter Ähm Jurassic Okay, gut Oh Okay, nice Warte mal Wenn das jetzt wirklich funktioniert Ne Das geht nicht Guckt Man kann die nicht verschlechtern So Ähm Zack Oh Was ist das? Und ich habe so viele Ähm Hürzen Was? Herzen habe ich viele Hürzen? Würzen Nein Nein Hä, was geht hier ab? Alter Was hast du bei dir getan, Mann? Ja, was soll ich getan haben? Nein Loll Was hast du gemacht? Das wäre so geil geworden Hast du das gesehen? Bin einfach rüber gesprungen Ja Ja Zieh dich Lol Nice Lol Du hast mich mit dem Trank nicht getroffen Deswegen Ja, ja, ich weiß Wo der Trank war eh nicht Jetzt muss ich erstmal deine Base finden Lol Willst du mich verarschen? Hi Max Das Max Willst du mich verarschen, Alter? Jetzt verschwindet er Oh Lol Hast du mich erst da getroffen? Oh 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 Ey, aber so viel Zeug hier, Mann Das sieht übelst krass aus Was? Hab ich dich erwischt? Ne Wo bist du jetzt hin, Alter? Egal, scheiß drauf Er juckt nicht Boah ey Ist gerade aber trotzdem sau spannend Übel Wo ist deine scheiß Wolle? Alter, warum baust du es auch ein Labyrinth? Bittet dich Wieso Findest du eh nicht Find ich schon mal richtig assi, Max Warum baust du einfach ein Labyrinth? Autsch Oh my god Junge Alter Wo ist deine scheiß Wolle, Mann Warum leckt es hier gerade so bei dir? Warum hast du deine Wolle so scheiße versteckt? Max? Weil? Aber asozial So was macht man nicht Hä? Deine ist aber weg jetzt Na geil Wo sind deine Blüte? Hä, irgendwo da drin? Du musst einfach nur suchen Ja, wow Bist du noch auf der ersten Etage? Ja Du musst auf jeden Fall in die zweite Verarsch mich nicht Ja, ja, doch Hä? Easy Äh, hier durch das Fenster durch Winner Endlich mal wieder GG Hä, was war denn das? Nice Ja